Was geht ab, Lüge Crashportfond und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Es gibt sehr, sehr interessante News zu Tony Ferguson. Nach seinem Kampf bei der UFC 274 haben sich nämlich sehr, sehr viele Sorgen um ihn gemacht, weil er so brachial Knockout gegangen ist. Und ja, wenn wir alle den Tony Ferguson von damals kennen, ist es wirklich einfach ein bisschen herzenszerreißend, wenn man sieht, wie einen die Zeit einholt. Und ja, dass man dann wirklich nie früh genug einfach diesen Sport verlassen kann. Ja, es ist einfach wirklich so, wenn du dann wirklich im Endeffekt so lange dabei bist und dann über deinen Zenit hinaus bist, hast du gegen die Top-Elite halt keine Chance mehr. Dann gehst du halt auch schlafen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sein Kinn, ja, ist einfach nicht mehr das Alte. Ja, er hat in der ersten Runde richtig, richtig geil ausgesehen, muss ich wirklich sagen. Er hat Chandler so unnormale Probleme gemacht. Ein Chandler, der eigentlich so unnormal stark in der ersten Runde kommt. Aber ja, dann haben die wenigsten natürlich mit diesem Frontkick gerechnet. Tony Ferguson auch. Ja, und dieses hat halt perfekt getroffen. Das hätte sehr, sehr viele Leute schlafen geschickt. Das Kinn wurde komplett gecrackt. Es sah wirklich so brutal aus. Und ja, Tony Ferguson musste nach diesem Knockout natürlich ins Krankenhaus. Nach jedem Knockout wird die Justi dich erstmal ins Krankenhaus einweisen. Ja, dass du da mal nach CT-Scans, nach Computertomographie halt wirklich mal untersucht wirst. Und diese Ergebnisse waren negativ. Keine Auffälligkeiten in seinem Kopf. Und ja, in der Regel werden diese Scans gemacht, um unmittelbare Hirnschäden zu erkennen. Aber er hatte Gott sei Dank keine bekommen. 17 Sekunden in der zweiten Runde war es soweit, dass diese brutale Frontkick meisterhafte Leistung Tony Ferguson runtergeholt hat. Ja, und was für Auswirkungen das auf die gesamte Zeit von Tony Ferguson ja haben wird, werden wir noch sehen. Ob er in der UFC auch nochmal kämpfen wird oder nicht. Conor McGregor hat sich auch heftig über ihn lustig gemacht. Schon ein bisschen dreist in diesem Sinne. Aber ja, die beiden hassen sich natürlich Trash-Shock schon seit Jahren. Also das muss man wirklich sagen, seit Jahren. Insofern kann man Conor McGregor natürlich verstehen. Er wurde auch fertig gemacht von diversen UFC-Fightern, nachdem er Knockout gegangen ist. Insofern schießt er auch gerne mal zurück. Vor allem gegen einen Justin Gaethje beispielsweise. Er hat er auch total fertig gemacht und runtergemacht. Aber ja, Tony Ferguson tut einem leid. Ich denke, Conor McGregor respektiert ihn im Herzen trotzdem für das, was er damals in der UFC geleistet hat. Aber er haut natürlich hier den Trash-Shock raus, dass er sein Gesicht mit dem vergleicht, was man in einer McDonald's-Tüte bekommt, wenn man Chicken Nuggets bestellt und dass man das easy so auch ausliefern könnte. Und das ist wirklich eine brutale Sache. Für mich war Tony Ferguson wirklich einer der entertainsten, geilsten Kämpfer. Er hätte hier wirklich in diesem Kampf nochmal zeigen wollen, dass er richtig, richtig Bock hat, nochmal oben mitzuspielen. Hat er auch gezeigt, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Michael Chandler ist dafür wieder back in Title-Condition. Er ist wieder zurück im Rennen. Finde ich auch nice. Er ist auch ein brandgefährlicher Gegner, egal gegen wen er kämpft. Aber jetzt werden wir sehen, wie es für ihn weitergeht. Ein Kampf gegen Benel Darius wäre geil und Islam Arachev dann direkt um den Titel. Schreibt mir auch immer einen dazu in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.